Jo Leute, was geht? Mein Name ist Silo. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es mal ein ganz anderes Video, kein Fortnite oder Reaction-Videos. Ihr seht schon richtig, wir sind hier auf der Seite von Lootby drauf. Ich dachte mir, komm, zeig mal ein bisschen deinen Lootby-Account und vielleicht öffnen wir noch 10 Packs von der Konsole Playstation 4, von Arianitz Asi TV oder von Stani Steel und iCramax, glaube ich war das, keine Ahnung. Ja, guck mal, ich zeige euch erstmal hier mein Inventar. Mein Inventar ist hier 53 Dollar wert. Ich habe eine Frage, soll ich mal hier draußen so eine Verlosung machen, dass ich euch alle Codes hier zeige, weil hier 20 Euro, minus 20 Euro beim Headset und so, 15 Krawatt hier drauf. Und ich habe noch bei hier Nitro S300 Stühlen 10% vom King Controller, exklusiv Gutscheine, so im Wert von, ich glaube, 5 bis 10 Euro, weiß ich nicht. Ja, hier für 10 Spiele, Spielpreis mit Spielgeld, 20 Euro, ist eigentlich voll gut. 53 Dollar, wie gesagt, ich habe hier 7K Münzen und 35 Diamanten. Ich spare meine Diamanten, Münzen gebe ich immer wieder aus. Ich habe heute schon 2 Packs von denen geöffnet, Blutpack. Das macht so süchtig. Früher dachte ich immer so, wie kann man so eine Scheiße zocken, so, wie kann man so eine Scheiße öffnen, ne? Aber das macht so süchtig. Ich höre, das macht so süchtig, Blutball. Was habt ihr mit mir angestellt? Und ja, Leute, ich öffne heute mal ein paar Packs. Wir öffnen 10 Packs heute. Dafür muss ich mich allerdings erstmal anmelden bei PayPal, weil ich habe die Packs erstmal auf meinem Laptop, auf meinem Handy geöffnet. Und ja, dann sehen wir uns einfach gleich. So, Leute, ja, ich habe es jetzt gekauft. Hier, Battle Royale Kapitel 2. Ich habe, glaube ich, auch eine E-Mail bekommen. Genau hier, 10 Euro. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht hier. Ja, ich habe hier 10 Euro bezahlt für Blutpack. Ich hoffe, wir ziehen was. Ey, wenn ich nichts ziehe, ne? Wenn ich nichts ziehe, ich will mein Geld zurück. Komm, wir reißen das Ding jetzt auf. 600 V-Bucks! Ey, ich habe sieben oder acht Packs geöffnet. Ich habe noch nie 600 V-Bucks bekommen. Ey, geil. Ich muss erstmal, also keine Ahnung, wie man das einlöst oder so. Ich muss gleich erstmal gucken. Ey, oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich kann es auch verlosen. Mal gucken, ne? Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Digger, einfach geil, Mann. Komm, ey, wenn ich jetzt nochmal V-Bucks bekomme, ne? Und? Was ist das denn? 700 Coins? Ja, Junge, nein. Zum nächsten Pack. Komm, bitte. Oh, schon wieder, Digger. Was ist das denn? Ich will V-Bucks haben, Digger. Ja, PC, 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 PC. Überall PC, Digger. Loot Coins, ja. Komm, wir gehen. Wir gehen zum nächsten Pack. Wir gehen zum nächsten Pack, Digger. Ich raste gleich aus. Ich raste gleich aus. Ich habe 600 V-Bucks bekommen. Okay. Gönn doch nochmal. Gönn doch einfach nochmal. Ich habe ein Wallpaper bekommen von, keine Ahnung. Man kann da gar nicht drauf, ne? Egal. Komm, wie viel Pack ist das jetzt? Fünfte, sechste. Tausend Loot Coins, Digger. Ich will keine Tausend Loot Coins. Ich will Tausend V-Bucks haben. Ey, Junge. Okay. Komm, Loot Boy hier. Mobile, mobile, PC. Ich kann euch die Codes alle verlosen. Wenn ihr jetzt hier im Video was haben wollt und so, schreibt mir gerne auf Insta. Dann schicke ich euch die. Dann zeige ich euch den Code. Und ja, wir kommen zum, keine Ahnung, wievielten Pack, weil ich nicht zählen kann. Was ist das denn, Digger? Ich will meine V-Bucks haben. Schon wieder, Digger. Was will ich? Facebook, Digger. Wer hat Facebook? Ich glaube, das ist das letzte Pack. Ich glaube, das ist das letzte Pack, Leute. Bitte. Bitte, 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 Junge. Bitte, bitte. 600 V-Bucks haben wir bekommen. Gönn nochmal, Loot Boy. Ich raste gleich aus. Ich glaube, das ist das letzte Pack. Wir machen das einfach drauf, Digger. Was soll ich dazu sagen, Leute? Was soll ich dazu sagen? Unser letzte Pack. Ich sage schon, bei drei Packs unser letzte Pack. Ja, Mann, Junge. Ja, Mann, Junge. Ja, Mann. So will ich das haben, Digger. So will ich das haben, Junge. So will ich das haben. 600 V-Bucks, Digger. Das war unser letztes Pack. Unser letztes Pack, Digger. Ehrenhaft. Gehen jetzt zu unserem Inventar. Digger, was haben wir bekommen? Gold Rush. Oh, Bonus, Dude Pack. Okay. Bekomme ich das nur einmal jetzt? Digger, wenn das krass ist, ne? Wenn das krass ist, Digger, ne? Dann springe ich aus dem Fenster. Oh, 10 Diamanten. Ja, 100, 750, ja. Okay, Digger. 234 Dollar ist mein Inventarwert. Digger, was haben wir bekommen, Alter? Digger, Mobile, 3D, Starter Pack, PC, von Tesoro, 24% auf Gaming-Stühle. Geil, Digger. 40% Rabatt auf Loot-Chest. Ja, Wallpaper. Wallpaper ist bestimmt geil. Wallpaper ist bestimmt geil, Digger. Ich habe mir schon alle Wallpaper heruntergeladen und so. V-Bucks, Digger. V-Bucks. Ja, den Code würdet ihr gerne sehen, ne? Ja, den Code würdet ihr gerne sehen. Ja, 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 ja. So, wenn ihr von etwas haben wollt und so, könnt ihr gerne schreiben, ne? 1.200 V-Bucks haben wir bekommen. Wir haben 17.000 Coins, Digger. 17.000 Coins, 100 Diamanten. Wir könnten noch mehr Packs öffnen, aber wenn ihr noch mehr solche Videos haben wollt, Digger, dann schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, keine Ahnung, verbreitet das Video. Ja, Arianitz, ACTV, das hat sich auf jeden Fall. Gelohnt, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gesamtwert 234 Dollar. Ja, Digger, wer meinen Account abkaufen will, 234 Dollar. Es gibt keinen Rabatt, es gibt keinen Rabatt, Leute. Ja, das war es auch mit dem Video, Leute. Vergisst hier nicht, oben zu abonnieren. Wir haben 139 Abonnenten. Das letzte Video kam bei euch richtig gut an. Wir hatten 80 Aufrufe nach 8 Stunden. Jetzt nach einem Tag immer noch 80, aber ich habe erreicht, was ich erreichen wollte. Ja, die Klicks laufen super. Also, danke für euren Support, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin auch sehr, sehr glücklich. Ja, Leute. Ich liebe euch. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Peace.